Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Ermittlung von Anforderungen im Software Engineering. Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und in den letzten Teilen haben wir uns ja damit beschäftigt, warum mache ich überhaupt eine Anforderungsermittlung, also damit ich am Ende verbindlich sagen kann, das und das wird implementiert. Stichwort Digitalisierung, also wir verändern, wie Menschen arbeiten und dazu müssen wir erstmal verstehen, wie sie arbeiten. Und jetzt haben wir ja gesehen, es gibt User Stories, wo User einfach in zwei Sätzen, drei Sätzen beschreiben, was sie tun. Und dann gibt es die Use Cases, ich habe es angekündigt, die sind etwas umfangreicher, die beschreiben ein komplettes Vorgehen, also wie benutze ich die Software im Alltag. Das machen wir jetzt nicht völlig unstrukturiert, indem wir einfach sagen, lass uns mal Prosa aufschreiben, sondern da gibt es Schablonen für. Es gibt eine von Alistair Cockburn, die ist relativ verbreitet, die wird oft benutzt und ich habe die jetzt einfach mal hier aus der Wikipedia herauskopiert, die gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch und dann schauen wir uns ein Beispiel an. Also die Schablone fängt an mit einem Namen und einem Identifier. Die habe ich jetzt mal grün gemacht, alles was ich grün mache, kriege ich automatisch geschenkt, wenn ich das Ganze einem einigermaßen sinnvollen Dokumentenmanagement unterwerfe. Also wenn ich einen Namen und einen Identifier vergeben habe, dann kann ich das nachher wiederfinden. Sie haben es ja gesehen, diese Use Cases stehen ja auch in Relation zueinander, dann ist es immer ganz praktisch, wenn man sich aufeinander beziehen kann. Dann folgt eine kurze Beschreibung, also was passiert in diesem Use Case, um was geht es? Nicht viel, ganz kurz, damit man auf den ersten Blick erkennen kann, okay, was läuft. Was brauche ich dann noch? Dann brauche ich eine Beschreibung der beteiligten Akteure. Das ist im Prinzip etwas, was jetzt in der Schablone vorne steht, was wir natürlich eigentlich erst nachher schreiben. Nachdem ich beschrieben habe, was ich tue in diesem Use Case, mache ich diese Liste. Aber es ist natürlich ganz praktisch, wenn ich das nach dieser Struktur mache, dann kann ich nämlich sofort auf den ersten Blick erkennen, aha, wer von meinen Akteuren ist überhaupt an diesem Use Case beteiligt. Das steht nämlich quasi auf der ersten Seite. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die Akteure nochmal zu klassieren. Also primäre Akteure, das sind eigentlich die, die Subjekte sind, also die etwas tun. Und dann gibt es eben noch unterstützende Akteure. Also wenn ich zum Beispiel ein System im Hintergrund verwende, wo ich einfach sage, ja, dieses System zum Abrechnen von Reisekosten soll mal sinnvoll einen Abstand, den Abstand oder eine Kilometerpauschale berechnen. Dann gibt es im Hintergrund vielleicht ein zweites System, was so eine Abfrage machen kann. Und das wäre jetzt unser sekundäres System, weil das unterstützt meinen Abrechner, also den, der vor dem System sitzt, unser Subjekt, beim Abrechnen. Dann, ganz wichtig, ein Status, wenn man gesagt hat, diese Use Cases sind ja am Ende so eine Mischung zwischen Anforderungsliste und Funktionsbeschreibung. Also da liegen wir ja in unserem klassischen Produktentwicklungsprozess. Und da brauche ich einen Status schon allein deshalb, weil ich ja wissen muss, soll ich anhand von diesem Ding irgendwas implementieren? Wie gesagt, wenn ich jetzt anfange zu implementieren, verbringe ich damit Zeit und erzeuge damit Kosten. Wenn ich so ein Entwicklerteam in Bewegung setze mit 200 Mann, die irgendwas implementieren, dann wäre es ja ganz gut, wenn ich einen Status habe. Auch hier, das ist wieder grün, das habe ich automatisch, wenn ich das einem sauberen Dokumentenmanagement-System unterwerfe. Also Führen und Längen, Unternehmen, immer Dokumentenmanagement. Dann auch wieder so als nächstes Fach die Includes. Also welche Anwendungsfälle werden denn benutzt? Wir haben ja gesehen, wir können die so kaskadieren. Und dann ist das hier im Prinzip einfach nochmal eine Auflistung, welche Anwendungsfälle benutze ich, so dass ich nachher auch eine Hierarchie machen kann, wo ich sagen kann, okay, diesen Anwendungsfall kann ich überhaupt erst implementieren, wenn es den anderen schon gibt. Das ist immer ganz praktisch, wenn man das hier vorne aufgeschrieben hat. Dann gibt es einen Auslöser. Also wenn zum Beispiel der Auslöser kann sein, es kommt eine Rechnung rein, irgendjemand erfasst die Rechnung und dann muss irgendwas getan werden. Die muss geprüft werden, die muss bezahlt werden und so weiter. Wir sagen einfach, das ist ein fachlicher Grund dafür, dass jetzt jemand diesen Anwendungsfall ausführt. Der fachliche Grund kann auch sein, ich möchte meine Dienstreise abrechnen, weil ich bin gerade von meiner Dienstreise zurückgekommen. Das sind die Trigger. Die schreibe ich hier hin. Dann brauche ich ein paar Vorbedingungen. Also Vorbedingungen, klar, ich brauche einen genehmigten Dienstreiseantrag, um eine Dienstreise abzurechnen und so weiter. Die schreibe ich hier rein. Da kann ich im Prinzip, wenn ich nachher mein System implementiere, kann ich solche Abprüfungen gleich schon vornehmen. Kann dann den User warnen und kann sagen, es wird nicht funktionieren, du hast eine Vorbedingung nicht. Erfüllt. Dann gibt es Invarianten. Jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung IT. Im normalen Maschinenbau kennen wir nicht auf die Idee, dass irgendjemand sagt, okay, durch das Bohren dieses Loches verändert sich irgendwas anderes am System. Aber da wir im Datenbankmanagementsystem arbeiten, ist es ganz gut mal zu sagen, okay, was sind denn die Dinge, die sich nicht verändern? Das sind oft Binsen, also Dinge, die sich nicht verändern dürfen. Aber wir haben ja auch noch den Fall, dass irgendwas schief geht oder dass irgendwie ein Fehler passiert. Und dann sind die Invarianten eben die Datenbestände, die es zu schützen gilt. Also nicht, dass ich irgendwie bei der Transaktion irgendwie einen Datensatz zerstöre. Sehen wir gleich nochmal in dem Beispiel. Dann gibt es Nachbedingungen. Also was ist denn erfüllt? Was ist denn das erwartete Ergebnis, wenn das Ding erfolgreich durchgelaufen ist? Das ist wieder ganz praktisch. Da kann ich nachher einen Testfall daraus ableiten. Kann sagen, ja, dann gucke ich doch mal, wenn ich den Use Case durchspiele. Dann nehme ich meinen Tester. Der setzt sich vor das System, spielt jetzt durch und guckt dann, ist denn diese Post Condition, also das, was am Ende erreicht werden soll, tatsächlich erreicht. Gut, und dann kommt ein bisschen Prosa. Hier wird jetzt der Standardflow, also der Standardablauf beschrieben. Was passiert, wenn ich ganz normal dieses Ding durcharbeite? Also es passieren keine Fehler, alles ist gut. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, und wenn dann dieser Fehler passiert, dann passiert das. Wenn dieser Fehler passiert, dann passiert das. Der Standardflow ist tatsächlich dafür da, um reinzuschreiben, okay, es läuft alles gut. Alles ist super. Die Dienstreise konnte abgerechnet werden. Genau dafür ist der Standardflow da. Wir haben nämlich nachher noch Alternative Flows. Da kann man dann reinschreiben, was alles passiert, wenn es schief geht. Hier geht es erstmal darum, ich erzähle die Geschichte, also von diesem Use Case. Alles läuft ganz smart durch. Alles ist super. Und wir haben unser fachliches Ziel sauber erreicht. Getrennt davon sind die alternativen Ablaufschritte. Also was passiert, wenn irgendwas schief geht? Oder wenn irgendwie zwischendurch eine Zwischenbedingung nicht erfüllt wird? Und so weiter. Das ist absichtlich getrennt. Das ist jetzt nicht alles in ein großes Stück Prosa, was dann irgendjemand beim Lesen im Kopf wieder auseinandernehmen muss. Das ist einfach extra. Davon kann es auch mehrere geben. Es kann ja mehrere Dinge geben, warum der Standardflow abgebrochen werden muss. Sie wollen irgendwas kaufen und stellen fest, okay, was weiß ich, Paypal ergibt die Freigabe nicht. Sie haben einfach zu wenig Geld auf Ihrem Kopf. Dann wird es abgebrochen. Oder Sie drücken selber im Einkaufswagen ab, sagen, nee, ich habe mir anders überlegt, ich hole es mir morgen bei Aldi. Dann sind das verschiedene Abbrüche, die eben dann aus diesem Standardflow heraus nicht aufgerufen werden, aber eben nicht in diesem Standardflow beschrieben werden. Im Standardflow wird beschrieben, Sie legen die Sachen in den Warenkorb, Sie gehen zur Kasse, Sie bezahlen, Sie lassen sich die Sachen zuschicken und alle diese Abbruchdinger kriegen jeweils hier so einen Eintrag als Alternativeflow. Nummerieren Sie sich die durch, dann können Sie nachher auch referenzieren. Dann gibt es kurze Hinweise. Also hier kann man irgendwie alles Mögliche reinschreiben, was vielleicht dem Leser hilft zu verstehen, was dieser Anwendungsfall soll. Das ist im Prinzip so dieses Klassische und hier kann alles andere rein. Nutzen Sie das ruhig. Also das ist durchaus sinnvoll zu sagen, okay, wir brauchen noch ein paar Informationen, dann packen Sie die da rein. Das Letzte ist dann so Änderungsgeschichte, Versionierung, Name des Autors, Datum und so. Ich habe es wieder grün gemacht. Das ist ja das, was Sie automatisch geschenkt kriegen, wenn Sie das Ganze einem Dokumentenmanagementsystem unterwerfen. Jetzt schauen wir uns das mal für einen ganz einfachen Use Case an. Also Use Case ist Buch ausleihen. Sie sind in der Bibliothek, Sie haben Bücher. Dann gibt es da so eine Ausleihstheke mit RFIDs. Da legen Sie das drauf und können sich die Bücher ausleihen. Also wie würde das aussehen? Ich fange an mit Name und Identifier. Klar, wieder Objekt und Infinitiv. Also Buch ausleihen, klassische Funktionsbeschreibung. Dann kriegt das Ding eine Nummer und das Ganze wird dann irgendwie im Dokumentenmanagementsystem unterworfen und der vergibt dann für uns irgendwelche Zahlen. Kurze Beschreibung. Kunde möchte Medien an der Ausleihtheke ausleihen. Dies geschieht durch Auflegen der mit RFID getaggten Medien und den Benutzerausweis auf der Theke. Das Ausleihen muss am Bildschirm bestätigt werden. Ganz kurze Beschreibung, um was es geht. Jeder weiß, alles klar, da werden Bücher ausgeliehen oder DVDs oder sonst was. Wer ist da dran beteiligt? Klar, primärer Akteur ist unser Kunde. Der will ja die Bücher ausleihen. Dann gibt es das Buchungssystem, also das System, was verbucht, wo die einzelnen Bücher sind. Und dann gibt es ein Buchhaltungssystem, das ist auch da dran beteiligt. Wir werden es nämlich gleich sehen. Man darf nämlich nur Bücher ausleihen, wenn man keine Außenstände hat oder zumindest keine zu großen Außenstände. Das sind die drei Systeme, die da dran beteiligt sind. So, Status ist klar. Das macht das Dokumentenmanagement-System für uns. Das Ding ist irgendwie erstmal in Bearbeitung. Dann wird es irgendwann zum Review vorgelegt und dann wird es eben freigegeben. Was benutzt es? Das benutzt den Use-Case Leistung oder Mahnkosten bezahlen. Und wir können hier noch einen Querverweis vorsehen. Es ist natürlich nachgelagert zu dem Use-Case, Kunde recherchiert ein Buch. Also Kunde hat jetzt in der Bibliothek ja nicht zufällig ein Buch gefunden, sondern der hat ja, was weiß ich, vielleicht vorher im OPAC nachgeguckt. Der hat gesagt, hier, 4713, das interessiert mich. Und dann hat er sich das geholt. Gut. Was löst das alles aus? Also der Kunde hat vor Ort in der Bibliothek Bücher ausgewählt und möchte jetzt ausleihen. Was sind die Vorbedingungen? Klar, das erste ist, da braucht man einen gültigen Benutzerausweis. Das kann er keine Bücher ausleihen. Zweite Vorbedingung ist, er hat das richtige Buch gefunden. Und dritte Vorbedingung, ich habe es eben schon gesagt, Buchhaltungssystem. Der Kunde hat keine Rechnungsposten offen, die größer als 10 Euro sind. Also natürlich die Summe der Rechnungsposten. Ist klar. Was sind die Invarianten? Also ganz klar, egal was passiert, egal was schief geht, es dürfen am Ende die Mediendaten sich nicht verändert haben. Es dürfen sich auch, wenn alleine durch diesen Use Case nicht irgendwelche Kundenkontodaten verändern. Also es dürfen keine offenen Zahlungen verändert werden. Die Kontakt- und Bezahldaten dürfen sich ändern. Also alles, egal was schief geht, wie wir das abbrechen, völlig egal. es darf am Ende sich außer diesem Zustand, wo das Medium ist, also ausgeliehen oder nicht ausgeliehen, darf sich nichts ändern. Klar, Nachbedingungen ist auch klar, wenn alles gut geht, dann ist das entliegende Medium nicht mehr im Präsenzbestand gelistet, sondern es wird eben dahin verbucht, dass der Kunde es hat. Und im nächsten Schritt wird die Diebstahlsicherung in dem RFID-Chip deaktiviert. Da ist so ein kleiner Fleck drin, den kann man umsetzen und wenn der nicht umgesetzt ist, dann piepst die Alarmanlage. Standardflow und hier, ich habe es ja gesagt, alles, was schief gehen kann, wird hier nicht beschrieben. Hier wird nur beschrieben, was gut geht. So, also nachdem der Kunde jetzt diese Medien aus dem Regal genommen hat, geht er zur Ausleihtheke, legt die Medien auf und den Benutzerausweis ab, dann werden die ganzen RFID-Tags erfasst. So, wenn sich die Summe der offenen Posten des Kunden im Buchungssystem 10 Euro nicht überschreiten, dann werden die Titel, dem Kunden die Titel und die Mediennummer, der zu entleinen Medien angezeigt ist. Klar, der Kunde will ja nicht nur die Mediennummer sehen, er will ja nicht nur sehen, aha, das ist das Buch 4711, der will ja auch wissen, dass es Winitou ist. Sie haben aber mehrere von diesen Winitou-Büchern, ist ja klar, die sind ja der Renner, also müssen sie ihm das so anzeigen, dass er das überprüfen kann. Und dann steht hier, dass der Kunde nochmal per Tastendruck das bestätigen können soll, ganz wichtig, das ist eine Festforderung an der Stelle. Also das heißt, wir müssen irgendwie noch so ein Anguck-Ding, also so eine Listenansicht implementieren. So, dann nach der Bestätigung wird ausgebucht und danach wird die Diebstahlsicherung auf den entliegenen Medien deaktiviert. Und dann kann ich sie mitnehmen. Das ist mein Standardflow. Sie sehen, da kann ein bisschen was schief gehen mit den 10 Euro und da kann ich auch abbrechen. So, das heißt, also wir haben alternative Flows. Also die alternative Flow wäre jetzt, ich habe mehr als 10 Euro offen. Ja, dann soll auf diesem Bildschirm angezeigt werden, der Use Case, Leistung oder Mahnkosten bezahlen. Wir haben es eben bei den Includes gesehen, das ist der, der jetzt im Prinzip hier angesprungen werden kann. Ja, wir haben einen Bildschirm, dann heißt es im Umkehrschluss, der muss so implementiert sein, dass der auf diesem Bildschirm anzeigbar ist und dann kann ich eben vielleicht, was weiß ich, mit Paypal oder so meine Außenstände begleichen. So, der Kunde kann den Vorgang, den Zahlvorgang auch abbrechen, ja, und dann wird eben gemäß alternative Flow 2 abgebrochen. Gut, alternative Flow 2 ist der Kundebericht nach dem Anzeigen der zu entleinenden Medien ab. Ja, wir haben ja gesagt, er soll es bestätigen. Wenn er es nicht bestätigt, muss es ja eine Alternative geben. Ja, die Alternative ist völlig klar. Diebstahlschutz wird nicht deaktiviert, die Medien werden nicht verbucht und der Kunde wird aufgefordert, sie ins Regal zurückzustellen. Gut, das sind jetzt unsere beiden alternative Flows. Hinweise, hier könnten wir jetzt zum Beispiel reinschreiben, dass es auch noch andere Ausleihvorgänge gibt, nämlich zum Beispiel für Online-Medien, also für digitale Medien über dieses Online-System, ja, oder dass man zum Beispiel noch eine Servicetheke hat, wo man eben bei einem freundlichen Bibliotheksmitarbeiterin, freundlichen Bibliotheksmitarbeiter sich die Sachen ausleihen kann. Das hier eben als Hinweis, dass jemand, der das implementiert, weiß, aha, da gibt es noch mehrere, vielleicht kann ich das geschickt miteinander kombinieren, dass diese Ausleihvorgänge ziemlich ähnlich sind, sodass ich sie noch einmal implementieren muss. Dann Änderungsgeschichte ist klar, das bringt uns wieder das Dokumentmanagement-System, wenn wir es dem unterwerfen, dann haben wir automatisch auch eine Bearbeitungshistorie und in der Regel vielleicht auch eine Change-Historie. Das war jetzt, sagen wir mal, im Schweinsgalopp der Überblick über die einfachsten und ersten Mittel, also Use Case und User Story, mit denen ich Anforderungen erfasse. Wir haben ja gesehen, es geht hier auch ganz viel um Abläufe und das Thema Abläufe, wie ich die modelliere, ist eine eigene Vorlesung, aber auch da geht es ja immer noch darum, zu ermitteln, was ist eigentlich die Funktion von dem System? Welchen Ablauf möchte ich eigentlich unterstützen? Und die Abläufe stecken natürlich in unseren User Stories und Use Cases irgendwo drin und da müssen wir sie dann rausholen und dann entsprechend mit diesen Abläufen, wie wir sie uns dann eben vorstellen oder wie wir sie uns auch vereinfacht vorstellen, wieder in die Fachabteilung und rückfragen, ob das so passt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020